Oh, zum Interagieren. Das ist ein bisschen komisch gelegt hier. Da ist doch eher ein Konsolen-Spieler. Das ist ein Spieler, aber ich spiele das hier nicht. Das ist der Tor. Oh, Tja. Eine Hüpfburg. Warum? Puh, manchmal ist es ein Setup-Werk, das wird dich alle tuckert. Bounce House. Check. Boing, boing, boing. Wahoo! Boing, 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 boing. Warum geht die Tür auf, wenn ich das Scheiß-Ding aufbaue? Hey, we don't take fall damage, so go nuts. Ach so, okay. Oh, an unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. E oder Y. Y für tödliche Größe. Okay, das. In my game, you get points for killing baddies. Haha, I like that. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades, to make us more badass. That is impossible. Yeah, but it's called progression in games. A must-have. Hey, Player, open up the upgrade menu and see what we can buy. Die Rücktaste und Deadpool-Punkte. Deadpool-Punkte für Verbesser- Äh, für Deadpool-Punkte für Verbesserung. Ich möchte erstmal hier kurz hoch. Hier liegen nämlich noch Points rum. Ich kann hier noch mal snacken. Oh, die Blauen sind 1000. Die Routen sind 500. Ich hatte einen Duld im Feuerwehr. Das hat 5000. Ich hab's nicht gesehen. Hätt' ich mal nachschauen sollen. Uh! Shit! Damn, son! Tada! Tada! Bandsprung! 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 Sprung ja noch in die Decke. Hurra, Sprengstoff! Yeah! Ist klar. Was, was, was? Was? Warum bin ich jetzt gestorben? Egal. Also wir schauen jetzt nochmal hin. Wir sammeln jetzt erstmal noch die, die Dinger ein. 2000 ist das. Okay. Wir müssen nämlich nochmal einmal ins Kaufmenü, um das hier, äh, gekonnt abzuschließen. Und zwar, Funktion können wir kaufen. Verbesserung. Verbesserung. Verbesserte Gesundheit, Ausrüstung. Momentum-Kombo-Verbesserung. 5000. Was der Scheiß. Alles klar. Ist ganz schön teuer, das Zeug. Was der Scheiß. Warte mal. Ich hab doch... Ich hab fast... 15.000. Wir gehen jetzt nochmal hoch und sammeln, ähm... die Deck-Kunkon. Und oben können wir uns bestimmt was kaufen. Ich hab's echt ne sprechenden Taste. Ist da weit ich weiß. Zumindest wurde mir noch keine... Vorbestellen. Okay, Klasse. Tap-Jump, während du an eine Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Press the jump button in mid-air to do a double jump. Awesome. Laws of physics be damned. Never speak of... What the fuck? Kann ich meine Waffen weg? Was? Lad auf. Nein! Hab dann nicht gesagt, wir nehmen keinen Fall Damage. Wo sterbe ich denn dann? Oh. Ey. Wenn ich abdrücke... Kühlen... einschieße ich direkt. Ja, komm, wir sammel den Shit ein. Jawohl, den Shit auch. Aha. So, so, so. Hier über. Ah, ich laufe jetzt als dritte Mal hier hoch. Wo nicht die Warsteine? Okay, man braucht den Teleporter um hier rüber zu kommen. Okay, okay, okay. Wir brauchen jetzt erstmal Waffe. 8.000, 15.000. 5.000. Wir haben 27.000. Verbesserte Gesundheit, Ausrüstungsdepot. Mach meine Munition. Wir kaufen jetzt erstmal. Ich kaufe den. Wir sind schon gut. Aber wenn du mir jetzt mal eins getan hast, und noch eine Schafranke. Wo denn wir gerade? Brenngranaten. Hallo? Achso, da war's. Ah, 80.000. Okay, hab ich verlesen. Wir können gar nichts kaufen. Dafür gehen wir jetzt da rein. Jawohl. Der ist frei. WTF? Doch. WTF? WTF? Momentum? WTF? WTF? Okay, Verbesserungen verfügbar. Was für eine Verbesserung? Verbesserung. Ah! Energie. 15% mehr Damage. TP-Belohnung. Das kriegen wir mit. Das kriegen wir mit. Geld. Das kann ich mir nicht leisten. Das kostet wie viel? 50.000. Mehr Punkte. Mehr Punkte gleich. Mehr Aufrüstung. Mehr Punkte. Mehr Punkte. Mehr Punkte. Mehr Punkte. Bisschen scheitere, dass ich mich nicht erinnern kann. Sie sind ganz schön langsam. Das muss man sich in die Hand nehmen. Alert! Wir schrauben die Abstand an. Die Truppen muss das sein! Lass mich das! Lass mich das, du little Masked moron! Kein Mensch kommt in meine Haus so. Ich hoffe, es war es wert. Hm, die Abstand sind nicht verletzt. Oh, ich weiß! Wir holen einen Chimichangas und warten für ihn nach unten. Oder wir finden können, um die Kraft zu verletzen. Was the f***? Ah, look. Halt die X, wenn du einen Gegner... Okay. Achso, wir sind zum Main Entrance, ja. Äh, das war ja nur eine Steuerkonsole für die Tore. Wow, you are one lucky guy, cause that would have taken most of your head clean off. Couldn't have happened to a nicer bunch of guys. See these? These are bullets. I need these. I need these. I need theme music. What the fuck? Yeah, something like that. Gonna Swiss cheese it up. My, what big generated you. Is that cold? Nah, me and your end though. Schnecky. Er ist zum Ziehen. I'm so smart. Ich versuch das mal eben mit dem Porn, das ist besser. So liegt sich grade nicht. Vermutlich muss ich das Spiel äh... Ja, stopp dafür. Egal. Das ist falsch. Okay. Da-da-da-da-da. He-he-he! This guy ist etwas fancier. The größer du Kombo, desto schneller du kannst du Momentum machen tolles wie so! Wir können mehr Momentum-Mövens durch unsere Weapons-Mövens. Die Kombo ist mehr Deadpool-Point, die mehr Aufmerksamkeit haben. Was ist das? Granaten. Hab ich keine. Ey, warum kann der das abwehren? Das ist ja lame. Ja, wir können eben noch... ...Motion kaufen. Das sind nur Katana-Verbesserungen. Das sind 65.000 Coins. Ach der Scheiße. Ah! Just shoot'em! How the hell do you fools keep missing? Chancey, lay off your boys. They are hitting me. It's just that I'm healing. What a sick healing factor. Get used to it. Hot goes the Weasel! Oh my God. Who are you! Who are you? What are you thinking? Ah! Hey! Warum sind das Tacos? Drücke H um die Hand zu wechseln. Achso. Ne, ne, die für mich schon lieber. Ich nehm lieber die. Cover me? Wo? Ich kann nicht mehr Kombinationen. Nice. Das Spiel ist unglaublich behindert manchmal. Was? Hey! Das ist meine Jam! Du kannst nicht so schlafen. Ich bin so schlafen für mich. Ich bin so schlafen für mich. Er ist wie ein Engel. Ich bin so schlafen für mich. Ich bin so schlafen für mich. Das muss ich jetzt mal. Da muss ich raus aus. Ich bin so schlafen. Denk, Deadpool. Film-Solution zu einem Elevator in 3, 2, 1. Okay. Ich muss in die Pfennhaus kommen. Wenn wir auch auf die Wand hochklippern. Vielleicht, wenn ich meine kattliche Agilität benutze. Hey, habt ihr noch ein paar Upgrades? Das ist ein Aufmerksamkeit. Das ist ein guter Moment. Du weißt? Das ist ein guter Zeit. Wuh! Weil der nicht abgeholt. Was haben wir denn für Upgrades? Was können wir denn hier noch? Momentum Combo. Was kostet die denn? 25.000 kostet die. 70.000, 20.000, 50.000. Da habe ich 14.000. 14.000 kann ich mir halt nichts kaufen quasi. Nehmen wir noch Granaten mit. Was ist das Geld? Das ist einPlayer. Was ist das Geld? Das ist ein Buben eingebaut. Das ist ein Buben. Ja, also ist ein Buben. Was ist das Geld? Speicherpunkt? Ja, Kumpel 18 Er ist ein Spiel Er ist ein Spiel Hey, hey, hey Du mich! Ich hab nichts Ich muss schnitzen Er ist ein Spiel 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 интерес okay wir haben schon über 30 minuten das heißt das hier ist das schon das ende der zweiten folge tut mir leid dass in der ersten keine moderation gab aber den schneide ich jetzt einfach ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin und